Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. In der heutigen schnelllebigen Welt leiden immer mehr Menschen unter Schlafproblemen. In den kommenden Minuten werden wir uns mit den verschiedenen Arten von Schlafstörungen befassen, ihre möglichen Ursachen erkunden und alternative Behandlungsmöglichkeiten aufzeigen, um einen gesunden und erholsamen Schlaf zu fördern. Schlafstörungen können verschiedene Formen annehmen, darunter Schlaflosigkeit, Schlafapnoe, Restless Legs Syndrom und viele andere. Diese Störungen können durch eine Vielzahl von Faktoren verursacht werden, wie Stress, Angstzustände, schlechte Schlafgewohnheiten, bestimmte Medikamente oder gesundheitliche Probleme. Um Schlafstörungen zu behandeln, ist es wichtig, die zugrunde liegenden Ursachen zu identifizieren. Wenn sie unter Schlafproblemen leiden, kann es hilfreich sein, ein Schlaftagebuch zu führen, um mögliche Auslöser zu erkennen. Darüber hinaus können Stressmanagement-Techniken wie Meditation, Atemübungen und Entspannungstechniken helfen, den Geist vor dem Schlafengehen zur Ruhe zu bringen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Schaffung einer optimalen Schlafumgebung. Stellen Sie sicher, dass dein Schlafzimmer ruhig, dunkel und gut belüftet ist. Vermeiden Sie die Verwendung von elektronischen Geräten vor dem Schlafengehen, da das blaue Licht den Schlaf stören kann. Ein regulärer Schlaf-Wach-Rhythmus kann ebenfalls helfen, den Körper auf den Schlaf vorzubereiten. Neben diesen praktischen Tipps gibt es auch alternative Behandlungsmöglichkeiten, die bei Schlafstörungen helfen können. Akupunktur, Aromatherapie und Kräutertees wie Baldrian oder Kamille können beruhigend wirken und den Schlaf fördern. Schlafstörungen können eine erhebliche Auswirkung auf die Gesundheit und das Wohlbefinden haben. Indem wir die zugrunde liegenden Ursachen identifizieren und alternative Behandlungsmöglichkeiten nutzen, können wir unseren Schlaf verbessern und eine bessere Lebensqualität erreichen. Ein guter Schlaf ist die Grundlage für ein gesundes Leben. Wir hoffen, dass wir Ihnen helfen konnten, ein besseres Verständnis für Schlafstörungen zu bekommen. Abonnieren Sie gerne unseren Kanal und aktivieren Sie die Glocke, wenn Ihnen das heutige Video gefallen hat. So verpassen Sie zukünftig keine hilfreichen Tipps rund um die ganzheitliche Gesundheit. Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen wünschen, zögern Sie bitte nicht und hinterlassen Sie uns einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal bei Durch und Durch gesund! Bis zum nächsten Mal bei Durch und Durch gesund!